Ach man. 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 Platinum, Titanium und Salz auf Olympus, Dex und Prometheus. Okay. In der Open World. Okay. Mit die Urschauer habe ich auch noch nicht gesehen. Mit dem Geist vom Keystore und dem Kreuzverkehr von YouTube. Mit dem sich, Kippung. Ich sag mal, Gute Nacht. Und, ja, hier mal gucken, die Kaus. Da gibt es jetzt Respawn in den Open Worlds. In Form von Meteoriten-Schauern. Da ist die Idee. Jo. Für eine Woche, als wir uns nicht sehen. Ich hoffe doch. Die gute Nacht. Bis bald. Untertitelung. Vielen Dank.